So meine Damen und Herren, guten Morgen, so meine Damen und Herren, guten Morgen. Hi, wir sind wieder im Bus. Das sind unsere Aufziehfiguren, die sind wirklich sehr, sehr sympathisch. Und Donald Aserland ist immer noch mittendrin im tödlichen Turm der Zanzibar Flair. Und wir fahren jetzt zum Club, zum Club, Posthallen. Wir fahren locker 10 Minuten, eine Viertelstunde und haben extra den Off-Tater für abgebrochen. Wir haben extra den Off-Tater für abgebrochen. Das ist schon her, doch. Wow! Das macht in mir nichts. Das macht nichts in mir. Wow! Nein, das ist ein Bits. Aha! Hey, jetzt kommen wir rein. Hey, weh! Ja! Hey, ja! Hey, war das gerade aus? Das ist so weit aus. Das ist so weit aus. Das ist so weit aus. Okay, ich bin so weit aus. Okay, wir waren heute in der Posthalle in Würzburg. Wir hatten gerade noch Exzendenten-Besuch. Hallo, ich bin der Luigi und ist auch noch ein heißer Boy zum Spulen für heute Nacht. Und ich würde mich freuen, wenn es ein möglichst aufgeschlossener Typ ist, der einfach los hat, so ein bisschen freizutreten. Also auf heiße Games mit einem super Typen, dem Luigi. Bye-bye. Karte, weg, weg. Bis zum nächsten Mal. Ja. Da, hier gerade. Vielen Dank.